Muss das denn sein, dass man im Jahre 2025 immer noch ein Schalterdesign von 1970 hat? Kann man nicht sowas vereinfachen oder sogar schöner darstellen? Wäre es nicht cool, wenn es ein Gerät gäbe, das sich weiterentwickelt und nicht ab Kaufdatum schon veraltet ist? Ja, dann nimm doch ein Wallpanel, Walldisplay könnte man sagen. Aber diese kleinen Bildschirme sind für euch Mäusekino. Dann hat Shelly jetzt einen Abhilfe für euch mit dem neuen Shelly Walldisplay X2. Denn das X2 könnte man auch tatsächlich wörtlich nehmen, denn es ist exakt doppelt so groß wie die zwei Mäusekinos von eben. Shelly verspricht ganz viele neue Funktionen beim Walldisplay X2. Zum einen, dass ihr es ohne Elektriker nutzen könnt, einfach nur USB-C Kabel rein und los beginnt der Spaß. Und zum anderen könnt ihr es nicht nur horizontal, sondern auch vertikal nutzen, aber immer der Reihe nach. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was das Shelly Walldisplay X2 so besonders macht und auch welche Schwächen es mit sich bringt, glaubt mir, ich habe einige aufgedeckt. Also es wird in diesem Video richtig spannend. Ich bin der Ur, willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Lehnt euch zurück, entspannt euch und lasst uns nun gemeinsam das Shelly Walldisplay X2 erleben. Ach, und wenn ihr zukünftig solche Videos, solchen Content gar nicht mehr verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal. Ich habe gehört, derzeit ist noch kostenlos. Also, haut auf die Taste, ansonsten filmen ab! Kurzer Hinweis, bevor wir ganz tief in die Materie mit dem Shelly Walldisplay X2 eintauchen. Ich werde euch in diesem Video nicht zeigen, wie ihr das Ganze anschließt, wie ihr das mit der Shelly App verbindet, wie ihr das mit Home Assistant verbindet, wie ihr dort Karten, Kacheln, Musik, whatever drauf bekommt, denn ich habe das schon gemacht mit hier dem Shelly Walldisplay Normal. Die Videos verlinke ich euch, während ich hier rede, oben rechts oder unten in der Beschreibungsbox. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, schaut euch das Video an. Stellt euch einfach vor, in dem Moment würdet ihr das Shelly Walldisplay X2 hier das ausführen, anstelle des normalen Shelly Walldisplays, was man im Video sieht. Alles ist gleich. Und dann habt ihr alle Infos und wir haben uns die wertvolle Zeit hier gespart. Und apropos sparen, was wir uns nicht sparen, ist jetzt die ganzen Infos zum Shelly Walldisplay X2 zu bekommen. Los geht's! Nach dem Unboxing finden wir folgenden Verpackungsinhalt vor. Wir haben einmal hier das Shelly Walldisplay X2, wir haben dann dazu die 230 Volt Anschlussklemme, wir haben zwei Befestigungsschrauben für die Anschlussklemme und eine sehr dicke Bedienungsanleitung in unterschiedlichen Sprachen. Das Erste, was mir bei Unboxing in den Sinn gekommen ist, ob ich es einfach an die 230 Volt Einheit vom normalen Shelly Walldisplay klammen kann. Und ich kann euch sagen, dass das leider nicht geht. Meiner Meinung nach ist das eine verpasste Chance für einen 1 zu 1 Tausch. Wenn wir hier die 230 Volt Einheit zu der 230 Volt Einheit vom X2 vergleichen, fallen direkt zwei Sachen auf. Die Rückplatte ist größer und passt nicht. Dann dachte ich mir aber, hey, ich kann doch einen Multicutter nehmen und das einfach hier ein bisschen wegschneiden und dann das passfähig machen. Und dann ist mir das Zweite aufgefallen, und zwar, dass die Befestigungspunkte hier a doppelt sind und b an einer anderen Stelle sind, wie sie hier beim Walldisplay normal sind. Denn wenn ich hier die 230 Volt Einheit vom normalen Walldisplay nehme und diese Pins hier drauflege, dann würde das tatsächlich sogar gehen. Und die Pins würden aufliegen, aber wie ihr seht, passt das hier nicht ganz zurecht. Wie gesagt, eine meiner Meinung nach verpasste Chance. Kommen wir nun zu den absoluten Basics des Shelly Walldisplay X2. Ihr könnt damit über die 230 Volt Klemmen hinten bis zu 5 Ampere schalten, zum Beispiel eine Lichtquelle. Aber anstelle einer Lichtquelle zu schalten, könntet ihr zum Beispiel auch, wenn die technischen Rahmenbedingungen bei euch passen, auch einen Stellmotor in eurem Heizkreisverteiler schalten und so die Heizung steuern. Aber dazu kommen wir noch gleich. Ihr könnt damit auch mehr oder weniger alle anderen schaltbaren Shellys, die bei euch im Zuhause verbaut sind, schalten, zentral von einem Ort aus. Würde ich jetzt persönlich nicht machen, weil ich dann immer zum Walldisplay laufen müsste. Ich würde stattdessen Automatisierung bauen, die mir das Hinlaufen zum Walldisplay ersparen, denn das macht ein Smart Home wirklich aus. Alternativ könnt ihr auch Sprachassistenten wie Alexa und Co nutzen, um eure Shelly Geräte zu schalten. Wo wir es nun gerade vom Schalten haben, um über dieses Display die anderen Shelly Geräte zu schalten, muss natürlich dieses Display permanent mit Strom versorgt sein. Shelly gibt hier einen Eigenverbrauch von 1 Watt an. Im Laufe meines Reviews konnte ich diesen Wert aber nie erreichen. 1,1 Watt konnte ich erreichen, wenn ich das Display komplett runtergedimmt habe, aber dann könnt ihr auch kaum noch was auf diesem Display ablesen. Wenn man das auf 100% auffällt, was ich natürlich persönlich empfehlen würde zu machen, weil es dieses graue Design hat, also eher ein dunkles Design und kein helles Design, dann zieht das Gerät im Standby 2,4 bis 2,8 Watt. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Ich zeige euch nun mit diesem Versuchsaufbau, wie der integrierte Relaischalter vom WallDisplay X2 funktionieren könnte. Bei diesem Versuchsaufbau schalte ich hier ein Leuchtmittel, aber anstelle eines Leuchtmittels könntet ihr zum Beispiel auch den Stellmotor in eurem Heizkreis schalten und somit dann das Ganze als Thermostat nutzen. Ich habe das Ganze nun verkabelt, dass ich auch den Schalteingang nutzen kann. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann geht das Ganze hier an. Das hat auch ganz leicht geklackt, also das Relais hat geschaltet. Wenn ich drauf drücke, geht das aus. So weit, so normal. Was aber auch geht, ist, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann geht das auch an. Und wir sehen auch, dass es hier an ist. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann geht es aus. Und hier wird es auch als Aus dargestellt. Ich denke, das ist sehr wichtig für den einen oder anderen zu wissen, dass es dann auch hier aus dargestellt wird, wenn ich es hier an- und ausschalte. Ganz wichtig, was ihr hier seht, das seht ihr auch in der App. Und in der Shelly-App sehe ich das auch. Wenn ich das hier einschalte, dann wird das hier blau umrahmt und ich weiß, dass es an. Und wenn ich hier das ausschalte, dann geht es auch hier aus, also die Umrahmung, das Blaue geht dann weg. Das heißt, es ist permanent miteinander vernetzt und weiß, welchen Zustand es derzeit inne hat. Was in der Theorie auch gehen würde, ist eine Steckdose zu schalten, was ich euch aber nicht empfehlen würde, weil das Gerät sagt, dass nur 5 Ampere erlaubt sind. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann irgendjemand mal vielleicht einen Föhn oder so dran hält und dann werdet ihr Probleme bekommen. Nur einfache Sachen damit schalten und keine Großverbraucher. Kommen wir nun zum Vergleich vom Shelly Wall Display X2 zum normalen Wall Display. Wundert euch nicht, dass ich jetzt hier unten drunter die Bedingungsanleitung mache. Einfach, dass ihr hier diese Reflexion vom Licht nicht seht. Das ist einfach angenehmer fürs Auge. Die Aufmachung vom X2 ist bis auf natürlich diesen erkennbaren Größenunterschied absolut identisch. Es wurden hier die gleichen Materialien beim Rahmen benutzt, das gleiche Glas wurde benutzt, alles gleich. Auch die Bezeichnung X2 hat hier Shelly wörtlich genommen, denn wenn man zwei einzelne Shelly Wall Displays drauflegt, kann man die komplette Fläche eines Wall Display X2 ausfüllen. Ein weiterer Unterschied ist auch, während ich das normale Wall Display nur mit 230 Volt betreiben kann, kann ich beim Shelly Wall Display X2 das Ganze zum Beispiel auch mit USB-C betreiben. Beide haben die Gemeinsamkeit, 1 GB Arbeitsspeicher verbaut zu haben. Unterschiede gibt es aber beim Flashspeicher. Das Wall Display hat 1 GB und das Wall Display X2 4 GB Flashspeicher. Weitere Unterschiede sind, dass das Wall Display X2 zusätzlich ein Mikrofon, ein Annäherungssensor und Beschleunungssensor verbaut hat. Das ist beim normalen Wall Display nicht der Fall. Gerade beim Mikrofon dürfte es spannend werden, wie das in der Praxis genutzt werden soll. Sonst gibt es keine weiteren nennenswerten Unterschiede. Was macht das Shelly Wall Display X2 eigentlich so besonders? Da wäre hier die Thematik mit dem Strom. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr das Ganze per USB-C betreiben. Dann braucht ihr zum Beispiel keinen Elektriker. Aber wie ihr auch sehen könnt, seht ihr permanent das Kabel und müsst dann damit leben, dass ihr permanent das Kabel seht. Außerdem müsst ihr dann damit leben, dass ihr mit diesem Gerät direkt nichts schalten könnt. Ja, weil ihr dann diese Platte ja nicht benutzt. Ihr könnt dann natürlich mit diesem Gerät andere Shelly 1, 1PM und andere Shelly Geräte schalten, um das dann zu kompensieren. Aber das wäre dann hier für die Katz. Außerdem bietet es eine Thermostat-Funktion. Somit könnt ihr euer altes Thermostat abbauen und an dieser Stelle das X2 einbauen und weiter eure Heizung steuern. Außerdem hat es einen eingebauten Media Player, worüber ihr entweder ganz klassisch weltweite Radiosender abspielen könnt oder ihr ladet eure Lieder hier in das Gerät rein und lässt es dann abspielen. Wo wir es hier vom Thema Abspielen haben, ihr könnt die eingebauten Lautsprecher nutzen, um hier Musik abzuspielen. Ist natürlich jetzt nicht die beste Qualität, aber es wäre möglich. Ihr könnt aber auch Bluetooth-Lautsprecher koppeln. Darüber hinaus könnt ihr auch eure Sonos-Lautsprecher damit koppeln und dann das Ganze darüber abspielen lassen. Und was das Shelly Wall Display X2 auch noch besonders macht, ihr könnt ohne zu flashen, ohne nichts, hier Home Assistant hinzufügen und seit neuestem könnt ihr auch hier diese untere Leiste ausblenden. Dann habt ihr komplett diesen Bildschirm mit Home Assistant dargestellt. Einfach nur euren Server hier verbinden, euren Benutzern am Passwort eingeben und schon seid ihr drin. Ich habe für euch Eindrücke am Shelly Wall Display X2 mit Home Assistant abgefilmt. Dabei ist mir direkt ein positiver Punkt aufgefallen und zwar können wir das helle Design in Home Assistant nutzen und sind dann nicht mehr hier auf das dunkle Design angewiesen. Aber um das besser abzufilmen, habe ich wieder das dunkle Design ausgewählt. Ich versuche nun hier am Wall Display X2 zum Labor zu gelangen, wo ich ein, zwei Karten für euch vorbereitet habe und ihr könnt in der Zwischenzeit sehen, wie das Wall Display X2 hier mit Home Assistant zusammenarbeitet. Wie ihr sehen könnt, ist hier die Performance leider nicht so, wie man sich das vorstellen oder wünschen würde. Beim normalen Wall Display hat man das vielleicht noch verstanden aufgrund des schwächeren Prozessors, aber das ist ja hier beim Wall Display X2 nicht der Fall. Deshalb empfehle ich für den Bereich von Home Assistant hier eine sehr abgespeckte, einfache Karte zu bauen, wo ihr einfache Schalter und Knöpfe bedienen könnt. Dann sollte das Ganze auch ohne eine Ruckelorgie hier funktionieren. Zufriedenstellend ist das aber natürlich nicht und ich hoffe, dass hier Shelly ein Performance Update nachliefert. Weiter geht es hier mit den Eindrücken, diesmal in der vertikalen Ausrichtung. Solltet ihr die vertikale Ausrichtung auswählen, habt ihr oben die Wetterkarte und nebendran, falls aktiviert, die Thermostatkarte. Solltet ihr die Thermostatkarte nicht aktiviert haben, dann habt ihr nur die Wetterkarte. In der unteren Hälfte könnt ihr hier eure Shelly Geräte finden, aber auch eure Gruppen und Szenen, aber auch hier, wie ihr sehen könnt, den Media Player. Natürlich könnt ihr auch hier in der vertikalen Ausrichtung Home Assistant nutzen und dort bekommt ihr jetzt auch einen kurzen Einblick dazu. Jetzt würde mich aber eure Meinung interessieren, welche Ausrichtung würdet ihr wählen? Die horizontale Ausrichtung oder die vertikale Ausrichtung? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Lasst uns nun über ein Thema reden, was beim ersten Shelly Wall Display für viele Kontroversen gesorgt hat. Wie ihr sehen könnt, steht hier bei der Temperaturanzeige 29,5 und hier 29,2. Aber tatsächlich ist es hier drin nicht so warm, das kann ich euch versprechen. Achtung, ich halte euch mal hier unten. 10 cm drunter habe ich hier ein Shelly H&T der zweiten oder dritten Generation angebracht und dort könnt ihr sehen, es sind 24,3 Grad. Das entspricht ungefähr dem, was hier in diesem Zimmer ist. Diese Werte hier sind falsch. Das ist schon mal klar. Bei der ersten Generation hat Shelly dann im Nachhinein diesen Blue H&T über die App, habt ihr einen Code bekommen und dann könnt ihr das im Shelly Shop einlösen und dann habt ihr dieses Gerät bekommen und dann könnt ihr den als externen Sensor für das Wall Display hier verknüpfen und hattet dann bessere Werte als die Werte, die hier dieses Gerät ausgibt. Ich glaube mittlerweile wird das Shelly Wall Display sogar immer in Kombination mit dem Shelly Blue H&T verkauft. Natürlich könnt ihr sowohl Temperatur als auch Feuchtigkeit hier von den Geräten in der App übers Offset nach unten korrigieren oder nach oben, wie ihr das gerne haben möchtet. Die Sache ist aber, das hilft trotzdem nicht. Dadurch, dass diese Sensoren relativ stark ausschlagen, auch wenn ich sie um minus 5 Grad nach unten korrigiere, werden sie, wenn es wärmer wird oder kälter wird, dann dennoch ungenaue Zahlen hier produzieren, weil einfach die Hitze, die das Gerät selbst erzeugt, den Sensor einfach stört. Meine Hoffnung war, dass man es beim Shelly Wall Display X2 in den Griff bekommen hat, aber wie ihr sehen könnt, ist das nicht der Fall. Was aber auch nicht der Fall ist, dass ihr, wenn ihr ein Wall Display X2 bestellt, auch kein Shelly Blue H&T derzeit mitgeliefert bekommt. Es kann aber natürlich sein, dass wie beim Wall Display 1 später in der App dann einfach ein Code auftaucht, wo ihr dann so ein Shelly Blue H&T dann kostenlos nachbestellen könnt. Für mich ist aber wichtig, dass ihr hier die maximale Transparenz habt. So wie ihr mich kennt, wisst ihr, dass wir auch einen Blick in die Shelly App werfen, um zu schauen, ob es hier Unterschiede gibt zwischen dem Shelly Wall Display und dem Wall Display X2. Und wie ihr anhand der Vergleichsbilder hier sehen könnt, seht ihr, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem normalen Shelly Wall Display und dem Shelly Wall Display X2. Das bedeutet gleichzeitig auch, man hat keine Vorteile oder auch Nachteile, wenn man sich das Shelly Wall Display X2 kauft im Vergleich zum Shelly Wall Display. Und solltet ihr mal Hilfe mit eurem Shelly Wall Display brauchen, dann kommt zu uns ins Forum. Und für dieses Forum haben wir einen Einspieler vorbereitet. Das spiele ich euch jetzt ab. Also lehnt euch zurück und genießt den Einspieler. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch App-Support unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch! Werfen wir nun gemeinsam einen Blick ins Home Assistant, speziell zum Wall Display und der Vergleich zum Wall Display X2. Wir gehen jetzt gemeinsam die einzelnen Bereiche durch, um hier die Unterschiede herauszuarbeiten. Mit beiden Geräten könnt ihr über den Besuchen-Knopf auf die Webschnittstelle hier abspringen und dort weitere Einstellungen vornehmen und braucht dann nicht zwingend die Shelly App dafür. Wenn wir nun im Bereich der Steuerelemente runter scrollen, fällt euch vielleicht auf, dass hier der Schalter fehlt. Das ist aber nicht, weil der das nicht kann, weil es einfach bei dem normalen Wall Display derzeit bei mir nicht eingerichtet ist. Das heißt, wenn ich den auch hier einrichte, dann haben wir auch hier den Schalter. Denn rechts beim Wall Display X2 haben wir hier ein Thermostat, welches deaktiviert ist, was hier aber derzeit aktiviert ist. Hier habt ihr einfach einen schönen Überblick, wie das in Home Assistant aussieht, wenn Thermostat oder der Schalter aktiv oder nicht aktiv sind. Im Bereich der Sensoren könnte man nun meinen, dass hier beim X2 was fehlt, aber es ist einfach nur getrennt hier dargestellt, wo hier der Input beim normalen Wall Display bei den Sensoren aufgelistet ist, ist es beim Wall Display X2 hier unten bei den Ereignissen. Somit gibt es hier keinen Unterschied. Und sowohl im Bereich der Konfiguration als auch im Bereich der Diagnose gibt es keinen Unterschied. Das bedeutet, derzeit gibt es im Home Assistant keinen Unterschied zwischen dem Wall Display X2 und dem normalen Wall Display. Wo hat denn eigentlich das Shelly Wall Display X2 noch Verbesserungspotenzial? Da wäre das eine über das Schalten von anderen Shelly Geräten. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier mein Bürolicht, ich habe auch hier meinen Bürorolladen, die kann ich hier an- und ausschalten, hoch- und runterfahren. Diese beiden Geräte sind aber mit der Shelly Cloud verbunden. Wenn ich Shelly Geräte, die nicht in der Cloud verbunden sind, hier hinzufüge, was erstaunlicherweise geht, dann seht ihr, ist das Gerät offline. Wir sehen auch hier so eine Wolke, welche durchgestrichen ist. Das geht nicht. Das heißt, ein lokaler Betrieb hier ist nicht gewährleistet, was ich einfach total schade finde und was eigentlich auch gar keinen Sinn macht. Denn warum macht das eigentlich keinen Sinn? Denn in der Shelly App kann ich alle Geräte, die nicht mit der Shelly Cloud verbunden sind, auch steuern. Warum also nicht hier über das Wall Display? Das macht übrigens das normale Wall Display auch nicht besser. Und lustigerweise, wenn ich über die Home Assistant Schnittstelle hier auf dieses Gerät zugreife, kann ich das schalten. Wenn man das Display für Home Assistant nutzt, hat man ein durchwachsenes Benutzerlebnis. Es ist zwar toll, dass es ganz einfach funktioniert, aber es ruckelt halt doch recht stark an der einen oder anderen Stelle. Abhilfe kann hier schaffen, sich eine spezielle Seite zu erstellen, damit man keine Menüs oder ähnliches öffnen muss, sondern ganz entspannt scrollen kann und seine Werte oder Schalter direkt finden kann. Wenn man aber nicht vorhat, Home Assistant zu nutzen, könnt ihr diesen Punkt einfach ignorieren. Somit sind wir nun im Fazit angekommen. Ich würde sagen, wir machen mal so eine ganz kurze Zusammenfassung zwischen den Stärken und Schwächen vom Shelly Wall Display X2. Fangen wir mit dem Guten an. Positiv ist natürlich, dass wir ein tolles Display haben mit einem tollen Design und das Ganze macht Spaß, da drauf zu tippen, weil das Glas fühlt sich alles sehr schön an und sehr wertig. Es ist auch super, dass wenn ihr im Shelly Ökosystem bleibt, dann könnt ihr damit eure ganzen Schalter, Thermostat und so weiter alles überwachen. Wo wir aber im Shelly Ökosystem sind, da ist halt die Problematik, wenn ihr zum Beispiel gewisse Sachen anzeigen lassen möchtet, dass das derzeit vom Wall Display zum Beispiel nicht unterstützt wird. Zum Beispiel eine Listenansicht. Finde ich persönlich ziemlich cool. Wenn ich zum Beispiel 10, 15 Fenster überwachen möchte, wäre es cool, wenn ich eine Kachel habe als Listenansicht, dass ich dann sehe, hey, bevor ich rausgehe, zum Beispiel wenn ich das im Flur aufhänge, dass ich dann sehe, ist denn irgendwo noch ein Fenster offen. Beim Anzeigen kommen wir auch zum Punkt Home Assistant. Toll ist, dass Home Assistant dabei ist. Es ist aber nicht so toll, wie Home Assistant draufläuft. Die Performance ist wirklich mies. Und die einzige Art und Weise, wie man sich dort aushelfen kann, ist, sich in Home Assistant eine spezielle Seite zu bauen, mit sehr reduziertem Design, mit sehr reduzierten Animationen. Idealerweise auch nicht, wo ihr in ein Zimmer reinspringt und rausspringt oder Pop-Ups, wie ich das gerne nutzen möchte. Dann seid ihr einfach vollkommen aufgeschmissen. Dann habt ihr dort eine Ruckelorgie. Gerade beim X2 habe ich mir so viel mehr erhofft, weil einfach hier ein stärkerer Prozessor verbaut ist und dann wird man halt dennoch enttäuscht. Das heißt aber nicht, dass es in Zukunft nicht besser werden könnte. Wir wissen ja, Shelly arbeitet permanent an den Geräten dran, liefert immer weitere Updates und ich kann mir vorstellen, dass dort zukünftig weitere Updates kommen. Schwierig zu updaten wird hier wohl auch die Temperaturthematik, denn wie beim normalen Wall Display liefert das Wall Display X2 hier sehr ungenaue Werte. Deshalb seid ihr hier leider auf externe Sensoren angewiesen. Wenn euch das Video geholfen hat, das Shelly Wall Display X2 noch besser kennenzulernen, über ein Like, würde ich mich riesig freuen. Ihr wisst, das Algorithmus-Spiel, wir alle müssen es mitmachen und nur wenn ihr einfach auf den Like-Knopf drückt, wird das Video auch weiterempfohlen und so können andere Zuschauerinnen und Zuschauer das Ganze auch genießen. Und wenn ihr mal ein anderes unbedingt auch das Shelly Wall Display X2 kennenlernen solltet, weil ihr einfach denkt, dass es ein super Gerät für sie oder für ihn wäre, dann nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich denke, die bedanken sich um mein Voraus und ich sage auch schon mal Dankeschön. Und wenn ihr euch mit mir austauschen möchtet, packt das unten in die Kommentare. Wie ihr wisst, ich antworte euch immer und freue mich riesig über den Austausch mit euch und einfach neue Perspektiven hier kennenzulernen. Somit wären wir durch. Ich danke mich, dass ich eingeschaltet habe. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.